Servus miteinander bei Bayerisch Play zu einer neuen Folge... Du willst, was du noch mit 3 Stotterst? Zu einer neuen Folge Notruf 1 und 2 Vollwert Simulation. Haben wir jetzt auch schon direkt einen Einsatz da? Ich sag einfach nix. Ist da irgendwo ein Rutschtang? Nee. Seitdem das mitten vorne geworfen hat, hat er ein wenig einen Schuh gekriegt, aber... Okay. Au. Na, nein, glaub, von dem Vorall-Unfall da, da hat der Dritten ein wenig verschoben. Aber okay. Halt ja noch gar kein Lenkauto da. Halt, stopp. Sollen sie da meine Zuschauer denken, he? Haku-Sakrament! Jetzt hab ich auch schon wieder... Sparish-Play... Haku-Sakrament! Sind ja schon wieder... Sparish-Play-Ritual vergessen! Ein Schnipfi! Ey, weitz! Jetzt... Den wir da erst einmal gleich Schnipfi! Dann können wir in Einsatz fahren. Mal mal zu Hause dabei runterbringen. So, dann... So, dann... So... Dann wird das aufgiviert. Das war STREIs! Also interessiert das? durch der Schilder bis zur Zeit er schüttelt du dann hat er hätte er wird er mit die freundschaft im dorthin ja genau wie schon vor auf zeiten passt nur für alle Oh mei, das war so schön Geld ausse! Schöne Wurf! Weiß ich aber sinds nix zum Teil heu! Ah ja, das Lenkerell, Lenk-Otto! Oh mei, da fackelt alles so! Ah, da kann man wirklich nimmer viel helfen, so weit er ausschaut! Äh, ja... Mei, der Container-Forgelt echt schön! Wie gefällt es aber also bei der Fahrweih-Simulation, ne die Autos noch weiter weg auch ne? Wenn man noch schön fahrer, seht uns blauläut und das Auto ist noch gar ned da! Die Fahrer von mitte Luft! Sooo... Da legen wir hier mal los, ne? Sooo... Ich hoffe, dass jetzt das Gespräch wieder nicht auffängt, so weit da mal so, weil... Oh, der Feuerweihle mit dem Schlauch da gestanden ist und hat nimmer gewusst, wohin! Sooo... Sooo... Wo ist jetzt doch die Position? Aha... Ja, schön... Sooo... Ja, mei... Geht sich auch dazu! Was wir nicht in der Hinterkommunik halten... Ja, was stimmt, das stimmt! Ja... Ich bin mal, den Livestream mal vor auch zu... Dass wir... Wir wissen schon... Nein, das ist mein Christian, ich bin da mal ein wenig gelandet! Ah ja... Bord da werden wir gar einen Wurzeln wenn er sagt er über die Sohlaft das ist ja so ein Schöi oder er meinte so wirklich Schöi der Herr wird es gibt es noch zum Mittag ein Bratwurstsemmel Bratwurstsemmel sie sind das ja Bratwurstsemmel sie sind das nur ein Bratwurstsemmel ach so mei war das Schöi dann beschluckt die Dessert 1 zu die der Jahrhund mit z ja 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 so lange so jetzt die ganze geschicht noch dauern weiter wie man sagt und ich schon so weiter die schlauch wohnen den hinkriegt das meine b schlauch das mit grüßen du mein lieber schieber Äh, halt stoppen, so brauche ich ihn. Hä? Hier, wo sind die Bischlachieste von meinem Auto, oder was? Auch da gehört das ja einer. Jetzt hab ich mir schon gedacht, unser Auto ist schon voll. Hä? Oh Gott, da war so feuer, weil er schon wieder nicht will, hier. Ach du, oh nein, oh nein. Also, renn ich damit, dass ich wieder das Geil gehöre, wenn wir uns bei mir alle tun, die ich vier tue. Gut, da rennt noch einer, also ist es doch nicht ganz vorbei. Ja. Was haben wir denn heute da? 11, 24, T, 11. DLK, RTB. Das ist schon wieder gut, der Einsatz. Nein, nein. Ähm. Das war, äh, Containerbrand. Gutes Gespiel, wo es ja nicht aufging. So steigt es auch, weil es jetzt mal heim geht. Äh. 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 Ja, feuer, werler vor zu, grüner wie jetzt nicht. Äh. Ja, feuer, werler vor zu, grüner wird es nicht. Wohin? d4 stoppen so packt ein schirm s zu Schwestern ich habe mich der Motore hat die Feierlschule raus als erbrüffelte Schnelldruck wird los hat Runde die Furt 5 Uhr 500 Meter unter feier wie auch feier der Heidel vorbei wird also eine jahre angeschickt zu erschienen auf people get you get you get you get ok 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 holland past er wird so reingeschierei wenn du für dich all weggelto oi passt schon scho vor wie weit nicht samm OIT geht noo geht noo geht noo geht noo OIT scho ihr kannste auch nicht einpacken he so scho ist die drei Leute noch nie drin gestohlen packst du so gut rein saubern reiche mei mei wo hat's nicht ins Auto von gehönt für ein Schein im Noto gbümer oder was scho ja das ist auch ein Schilder mit der Folge hat mich gewonnen dass mir ein freund noch nicht reichst was da bis er jetzt passt so noch würde ich sagen bleib mal gesund wie wir uns wiedersehen da hat mich freuen wenn's mein Kanal abonniert meine Videos anschaut so recht amüsant glaube ich also amüsant ist nicht direkt aber aufregend ja bleib mal ja alle und bis zum nächsten mal Servus